Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ultima 5. Wir haben gerade... Hallo? Wieso rennen die jetzt nicht alle... Okay, jetzt geht's. Entschuldigung. Und ist David da? Es ist gar keiner da. Gibt's das? Wahrscheinlich ist er gerade beim Mittag. Wir haben wahrscheinlich zu lange geschlafen. Warten wir mal ganz kurz. Ah ne, Charlotte ist schon wieder da. Mist, schläft der Kerl etwa schon wieder? Oder immer noch? Das ist ja ein Mist. Dann haben wir ja ziemlich viel Blödsinn gemacht. So, wo die anderen drei Gefährten sind, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Mist, da schläft er immer noch. Na gut. Mal sehen, wie lange er schläft. Ja, das ist jetzt gerade nicht optimal gelaufen, aber was soll's. Es kann auch nicht immer optimal laufen. Dann warten wir mal, bis der aufsteht, dass wir mit dem reden wollen, weil das ist das Nächste, was ich unbedingt machen wollte. Dann haben wir mal wieder. Dann haben wir da haben, wir da haben, wir da haben. Stehst du wohl auf? Ist jetzt wahrscheinlich schon wieder Nacht werden. So, er ist aufgewacht. Dann reden wir gleich mit ihm. Okay, das war's also. Also, das hat sich ja richtig gelohnt, mit ihm zu reden. Na gut, dann zurück zu Serpent's Hold. Ich denke, Lord Malone wird auf jeden Fall noch was dazu sagen. Ich hoffe, ein bisschen mehr. Und vielleicht erzählt er dann auch ein bisschen mehr, was wir noch für Serpent's Hold machen können. Weil momentan wüsste ich gerade, ehrlich gesagt, nicht, was wir noch machen sollten. So. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter nach hier lang. So, und jetzt können wir uns überlegen, ob wir vielleicht hier anlegen. Das würde jedenfalls Sinn machen. Da können wir anlegen. Klasse. Dann auf nach Serbenshold. Mal sehen, ob diese Questreihe für die Blockadebrechen von Serbenshold weitergeht. Weil eigentlich haben wir sie ja noch nicht gebrochen. Wir haben jetzt nur dafür gesorgt, dass sie Vorräte bekommen, um zu überleben. Und das war es dann auch schon. Kommen wir da oben rum? Oder führt es jetzt nur in irgendwelche Sackgassen rein? Ich weiß gar nicht, ob wir dann da lang kommen. Ne, da geht es dummerweise nicht weiter. Aber dann gehen wir halt so rum. So rum geht es ja. Äh, Leute? Leute? Kann man da unten auch nicht hoch? Kann man da nicht runter? Oh, klasse. Naja, egal. Wisst ihr was? Dann gehe ich hier nochmal schlafen. Für acht Stunden. Weil jetzt ist nämlich schon wieder Nacht. Das mit David hat dann doch ein bisschen viel, äh, Zeit gekostet. Dummerweise. Okay. Das langt von der Zeit her. Dann laufen wir einfach und stellen die Zeit auf schnell ein. Falls er noch nicht da sein sollte. Wovon ich auch ausgehe. Also wie gesagt, eigentlich ist die Blockade noch nicht vollendet. Und wir sollen sie ja vollenden. Äh, beenden. Nicht vollenden. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich noch groß machen sollte, wenn er mir keine weitere Hilfe gibt. Aber warten wir es doch einfach mal ab. Äh, hier war er doch, oder? Wieso fehlt hier der Thron? Und wieso haben wir hier Kampf? Sehr seltsam. Und der ist auch nicht aufgetaucht? Es wird dann fertig. Ha. Ja. Muss man das jetzt kapieren, warum der Thron weg ist und warum er weg ist? Moment, schläft er da hinten noch? Nee. Nee, das kapiere ich jetzt gerade immer überhaupt nicht. Was jetzt hier kaputt ist. Alles ganz normal. Bis auf das hier. Das ist hier sehr seltsam. Und diese Kampfgeräusche dabei? Ja, also mir gefällt es gerade nicht. Ich hoffe mal, das Spiel hat jetzt gerade kein... Nicht irgendwie... Dass es gerade verbuggt ist oder so. Oder gerade einen Fehler angezeigt hat. Oder sonst irgendwas. Hey, alle sind wach. Bis auf, dass der Lord nicht mehr an seinem Platz sitzt. Und nicht mal ein Thron mehr da ist oder sonst irgendwas. Ja, das würde mich doch ziemlich nerven, wenn das jetzt so wäre. Ah, Lord Malone ist da oben. Naja, gut. Dann scheint es hier doch irgendwie noch nicht so verbuggt zu sein. Ich habe jetzt echt Angst gekriegt, dass der vielleicht weg wäre oder getötet worden wäre oder sonst irgendwas. Okay, und er ist hier oben, also zu Mittag. Alles klar. Okay. Das gab wenigstens jetzt noch ein paar Dings. Aber er hat auch nicht gesagt, wie es weitergehen sollte. Gibt es noch mal Dings Play? Okay, das ist ein klein wenig verbuggt, würde ich sagen. Vielleicht muss ich echt mal nachschauen, ob es da doch noch irgendwie weitergeht. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Das ist tatsächlich ein Bug. Ich könnte mir jetzt so viel XP holen, wie ich wollte. Okay, ich mache das jetzt nicht. Aber, äh, ja. Ja, es ist schon seltsam. Ich muss mal tatsächlich mal nachschauen, ob es hier noch weitergeht. Ob man da noch irgendetwas machen kann. Weil eigentlich haben wir ja wirklich nicht das ganze Dings gemacht. Schau, ich muss echt mal schauen. Jetzt gehen wir erstmal wieder zum Schiff. Und dann würde ich vielleicht mal nach... Dings fahren. Nach Kauf. Oder in der Nähe von Kauf und da halt anlegen. Und, ähm, dann wegen den Mystik-Waffens mal nachschauen, was Sache ist. Und danach würde ich nämlich vorschlagen, das Zepter zu holen von Stonegate. Das wäre auch eine Sache, die ich jetzt danach als nächstes noch machen würde. Und dann schaue ich nochmal, ob da... Ob es das mit der Blockade doch noch irgendwie weitergeht. Könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Aber da gibt es im Moment keine Hilfe dazu. Lord Malone sagt einfach nur... Gibt einfach nur XP und sagt, toll. Toll gemacht. Ähm, David hat nichts mehr groß gesagt. Keine Ahnung, wer es mir da noch machen soll, um die Blockade zu beheben. So. Dann hätte ich nämlich wirklich gesagt, Kauf. Dann fahren wir wahrscheinlich hier komplett außenrum. Hierher. Ins Dings hier rein. Ins Cup der Hoffnung. Und gehen da unten an Land und holen uns das Dings. Das Zepter. Und danach hätte ich vorgeschlagen, in Dungeons wieder zu gehen. Welches? Das weiß ich jetzt noch nicht. Also hier oben ist entweder eine Scherbe, da ist eine Scherbe und ich glaube, hier hieß es, dass es eine Scherbe sein sollte. Also ziemlich wahrscheinlich jedenfalls. Dann ist nämlich die Frage, da waren wir schon drin, ob wir da oder da reingehen. In den hier, glaube ich, müsste das Amulett liegen. Dann wäre es vielleicht ganz interessant, zuerst hier reinzugehen, uns Amulett zu holen, sodass wir, wenn wir die Scherben holen, sehr, sehr gut gerüstet sind. Und mit allem. Das wäre auf jeden Fall meine Überlegung, was wir machen können. Okay. In Kauf müssen wir uns dann auch wieder schlafen legen, weil er ja erst nachts aufwacht. Mitternacht drum hieß es. Das heißt, da müssen wir auch wieder ein bisschen Zeit noch verdrödeln. So, wenn wir jetzt hier irgendwo anlegen könnten, wäre das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Da könnte man nämlich ganz gut nach Kauf reingehen. Ja, da können wir doch auch gut anlegen, oder? Jawohl. Dann legen wir nämlich hier an und den Rest gehen wir zu Fuß. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, von hier aus kennen wir uns gut aus. Das haben wir ja schon mehrmals jetzt gemacht gehabt. Ich denke, das war eine ganz gute Anlegestelle. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erst mal noch mal uns den Weg freikämpfen. Kann das sein? Oh ja, unten ist gar keiner. Naja, auch gut. Soll uns recht sein. So, jetzt sind alle wieder da. Dann geht's weiter hoch. Und hier geht's hoch. Und da vorne geht's hoch. Alles klar. So, und da gehen wir dann noch mal kurz schlafen. Ja, in der Folge schlafen wir, glaube ich, ziemlich lang. Ja, da sind wir ziemlich ausgeholt. So, was sagt die Uhr? Dann schlafen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Stunden, dann hätten wir noch gut zwei Stunden Zeit, hier nochmal zu schauen, wo der genau ist. Das passt ja. Dann schauen wir mal, dass der, dass wir mit ihm reden. Ja, genau. Und dann holen wir das Zepter als nächstes. Genau, das passt wunderbar. Wo? Ah, alles klar. Aber hatten wir nicht als... Moment. Da fällt mir gerade was ein, was ich noch nachschauen wollte. Mal kurz Pause machen. Ja, doch. Ach, ich weiß, warum wir kein Level abgekriegt haben mit Dings. Ah, nee, doch, 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 stimmt. 3.200 bekommen. Also, und 200 fehlen uns noch auf Level 7. Ich dachte, weil wir ständig mit Avatar jetzt als Wache gestanden sind, dass es deswegen Probleme gegeben hat. Aber wir haben noch nicht genug XP. Okay. Okay. Ich glaube, das war auch irgendwo da hinten, oder? Ja, genau. Hier müsste es doch gewesen sein, richtig? Und das ist Ambrosia? Ja. Fremder. Ja, das muss Ambrosia sein. Dann warten wir mal bis ca. Mitternacht. Und dann schauen wir mal, was der für uns alles zu berichten hat. Auch wegen den mystischen Waffen. Machen wir die Ohren mal ein bisschen nach unten. Und schauen mal, was das gibt. So, jetzt müsste er eigentlich gleich aufwachen. Und, tada, er ist wach. Sehr gut. Schnell speichern und dann reden wir mit ihm. Bin ich ja echt mal gespannt, was der zu berichten hat. Aber ich glaube, das machen wir auch wieder in der nächsten Folge. Weil das könnte ein etwas längeres Gespräch werden. Je nachdem. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.